Ich fahre oben an den Felsen lang. Ja, oder so. Also auf jeden Fall die Richtung. Alles klar, Premium, Tino. Fahr du mal voran, mach du mal hin. Ja, hier vorrast, ey. Ich dachte mir jetzt auch gerade so, Hä? Ich fahre mal nach oben, weil keiner von uns ist in der Nähe von unserem Punkt. Wir sind alle hier drüben. Fahr mal so, dass ich auf unserem Punkt schießen kann. Da ist einer rechts. Bäm! Der geht hoch. Wollte der denn so schnell hin? Fahr ich mal rein? Oh, M18 irgendwo. Ups! Ja! ähh... Und ist der Premium-Ginu? Ja, ich glaub schon. Das war gut. Das hat wieder einiges gut gemacht. Hier ist der KV-1B, glaub ich. Boah, Mann. Den Cromwell, den du vorhin abgeschossen hast, der ist jetzt in µ weiter unten und hat mich weggeholt. Fabian. Bitte? Den Cromwell, den du gerade weggeschossen hattest, ganz am Anfang, der ist in µ weiter unten, also ein Stück weiter unten. Ich seh ihn, glaub ich. Der hat mich weggeholt. Ich hab mich mal gerecht dafür, dass sie mich erschossen haben. Da war er wieder, der Cromwell. Schön. Da ist noch was. Ich hab ein Geschütz getroffen. Ne, ne, hier an... Mr. Burns. Hat mich weggeholt. M18 ist da noch. Ja, ja, ich bin aber grad Ruhe gefahren, dass ich mit einem Stein stehe. Ja, ist ja okay. Selbe Position gewesen? Wo ist der M18, bitte? Weiter links. Ich bin... Ich kann's nicht pingen. Ist jetzt im... in A drin. Aria-Fahr. Fuck! 2M8 ist bei mir. Beide bei A. Ach du Scheiße, rast der da lang. Einer down. Sehr gut. Hallo. Wo ist der Zweite? Hallo? Direkt vor mir, der kriegt's gleich. Wenn mein Panzer mal treffen würde. Okay, ist gut. Wir gehen weiter voran. Also, ich bin schon mal... Ich bin hier. Ja, ich bin knapp hinter dir. Okay. Ich kämpfe mich grad im Hügel hinter dir hoch. Meinst du nicht, dass es vielleicht besser wäre, wenn einer A bewacht? Oh ja, wir haben noch einen Panzer 4a. Wir sind definitiv noch... zwei Panzer. Ich bin mit meiner wenigen Panzerung würde jetzt ungern cappen gehen wollen. Deswegen selbst sogar auf Stehen unterschießt alles, was gleich vorbeikommt. Das ist schön. Das gefällt mir. Da noch ein bisschen vor, für eine bessere Position. No. Du bist bei dem Thema. Ich steh auf der Linie. Du hast vor allem ne Granate reingekriegt. Genau auf seiner Höhe links steht er noch. D34. Oder ist das ein Frack? Bist du noch auf deinem Frack? Nein. Okay. Die warten natürlich. M18 war bei D. Hat mich gekriegt. Ja, wir sind alle raus. Wir können in den Hangar gehen. Oder? Ich bin jetzt nochmal gescorned. Nice. Ich dachte schon, wir haben verloren. Ja. Es ist ein Flugzeug. Ja. Ein paar. DIL-2. 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 Ich denke mal, sein letzter Hauptkanonsschuss hat hinten das Heckruder zerlegt, der flog nämlich ganz, ganz knapp über das Cockroach rüber. Ich denke, er ist dreimal gestorben, das war's. Oh, ist sogar noch Plus gefahren vom Geld her. Trotz Teamkill. Was? Trotz Teamkill? Du hast jemanden geteamkillt? Ja.